Ich glaube, ich habe mir das sicher oft gedacht, aber es war wahrscheinlich einfach so geanisch oder nicht nur enttäuschen, vor dem, was noch passiert. Das erste Mal, ich bin ja wirklich am Club gesessen und dann ist Handy noch, dann haben wir noch die Welt und dann steht, Mutti wird angerufen und die haben den Verbindungsaufbau, diesen Dingston, die haben das Echtheil ganz los ausrollt und die haben das Handy nachher weggelegt auch wieder und mehr wie eigentlich alles. Das war jetzt ein Herz. Bis zum nächsten Mal.